Jo Aber ich muss doch einmal einen vor mir haben, der losfährt. Obwohl das hier gar nicht so wichtig ist auf dieser... Aber der macht was. Und ich weiß, da wäre ich ins Unglück. Hatte der die Kuh schon geweckt und vor der Gerät. So, jetzt muss der hinter dir rein fahren. Dann kann ich hinter dich fahren. Guter Plan. So habe ich mir das vorgestellt. Ich will den blauen da jetzt raus, lass vor mir. Er fährt auch gleich wieder rein, Mann. Ja sicher. Halb. Jetzt ganz... Ne, ein Rad hat er immer nur draußen. Kaum zu sehen. Sieht man nur an der Windschattenanzeige. Jetzt muss ich hinter dem bleiben. Gibt es sonst gerne, weil ich auch noch. Das will ich auch noch. Ja. Den. Dann fährt er ja an dir vorbei. Okay, eine dritte Spur ist da. Jetzt bleibe ich hinter den oder nehme ich dir die vierte Spur. Dann kommst du da wieder raus. Ja, komm ich raus. Er soll doch fahren, ist ein Kappel da hinten raus. Der blaue Fernseher. Nach innen blauer Fernseher. Ja. Jetzt kommt der blaue auch noch wieder. Vor mir. Dann kann ich hier hinter dir einparken kann, dann. Der blaue ja auch wieder anspricht durch die Hälfte. Und auch noch mal raus gehen. Jetzt gehen wir. Boah. Nee. Da muss sie aber ganz schön schwitzen.